Ja, herzlich willkommen zu noch einer Folge Fischkopf TV. Hier ist der Fischkopf und wir spielen bei der Darkwood. Und es ist immer noch Tag 4, vermute ich. Und wir haben immer noch keine Nacht erlebt, weil wir immer kurz vorher gestorben sind. Und mein Plan ist es, heute mal die Nacht zu erleben. Und ich nehme an, jetzt wird langsam Nacht. Es wird so orangig. Vielleicht bild ich mir das nur ein, aber nein, ich glaube, es wird so leicht orangig. Und nebelig. So. Er kann schon gar nicht mehr laufen. Und ich muss nur nach Hause finden. Hier. Okay. Es ist orange. Bild ich mir das ein, Leute? Komm, wir steigen hier über den Zaun. Und dann machen wir... Doch, es wird... Ich glaube, es wird Nacht. Wir machen den Generator an. Okay. Und dann gehen wir mal hier rein. Und schieben mal hier den Schrank davor. Oder was auch immer das sein soll. Drag. So. Der Eingang ist zu. Das Licht würde ich... Ups. Hoppla. Jetzt habe ich da aus Versehen eine Tür hingebaut. Das wollte ich gar nicht. Ich wollte nämlich eigentlich hier diese Fenster verbarrikadieren. Hier vor der Tür haben wir noch einen Stuhl vorgeschoben. Hier ist nichts. Ich hoffe, wir haben noch genug Holz und Nägel, um hier diese Fenster zu machen. Shit. Keine Nägel mehr, Leute. Und cool. Das Ding auch nicht machen, ne? Ich glaube, es ist Nacht draußen, Freunde. Ist diese Lampe an? So, raus sein. Ich wollte wenn, dann nur hier oben die Lampe anhaben. Die Tür machen wir mal zu. Die könnten wir auch noch verbarrikadieren, aber uns fehlen halt Nägel, Leute. Diese Lampe machen wir mal an. Okay, ja, und was macht man so, wenn man zu Hause abhängt? Was können wir denn mal aus Fleisch machen? Ich nehme das nochmal hier rein. Was ist denn jetzt hier los? Ach, shit, Leute. Okay, jetzt haben wir diesen komischen Durst. Und wir haben uns nicht mit dem Eimer von diesem Wasser aus dem Brunnen geholt. Das heißt, diese Nacht wird wahrscheinlich sehr, sehr kurz. Schöne Scheiße. Wir könnten natürlich mal rauslaufen und gucken, was passiert. Aber ich halte das für nicht eine so gute Idee. Ach, shit. Okay, alles wird so ein bisschen schummereg. Wir haben doch irgendwo noch ein Fenster, ne? Nicht? Hier. Sehen wir da irgendwas? Ich sehe nichts. Was ich gerne nochmal machen würde, ist hier eine Bärenfalle aufbauen. Ich meine, wir werden ja eh sterben, ne? Okay, jetzt verlieren wir Energie. Ja, toll. Ja, dann sterben wir halt, ne? Dieses Spiel macht mich fertig. Aber wir lernen ja noch. Wir lernen ja noch. Jetzt müsst ihr auch. Jetzt ist Tag 5. Scheiße. Okay, die Bandages nehmen wir mal mit. Wir haben unsere Skill. Unseren Skill haben wir verloren. Hier ist nichts mehr drin. Das heißt, wir brauchen neue Pilze. Gar nicht mal so leicht. Dieses Spielchen hier, Freunde. Okay, die Waffe ist auch fast im Arsch. Haben wir noch eine Ersatzwaffe? Ja. Die ist aber auch jetzt ein bisschen kaputt gegangen. Einen Nagel haben wir noch. Lass uns mal Sachen hier in die Kiste tun. Die Lampen mal ausmachen. Komm, hier. Die Batterie kann weg. Bandage nehmen wir mit. Fleisch kann weg. Die Dinger können weg. Die Streichhölzer. Alkohol nehmen wir mal mit. Falls wir den für irgendwas brauchen. Hat man hier eine Fackel? Ah, da ist eine Fackel. Okay. Und diesen Eimer, ne? Ganz wichtig. Den müssen wir jetzt mal auffüllen. Wo ist der Scheißbrunnen? Wo ist der Scheißbrunnen? Hat da jemand aufgepasst? Ich nehme mich nicht so richtig. Ups. Das wollte ich nicht. Ich wollte das Ding ziehen. Nee, nicht hauen. So, ziehen. So, was? Okay. Okay. Brunnen. Hier war irgendwo ein Brunnen. Keine Ahnung wo. Wird der hier irgendwo angezeigt? Anti-Tank-Gun. Wo ist eigentlich die? Broken Tree Anti-Tank-Gun. Hier müsste irgendwo eine Anti-Tank-Gun sein. Wo ist die denn, bitteschön? Und spawnen hier neue Nägel. Anscheinend nicht. Hier ist die Anti-Tank-Gun. Die Sachen, die erkennt man nicht ganz so gut von oben, muss ich ganz ehrlich sagen. Ist irgendwas drin eigentlich? Kann man die irgendwie anfassen? Sieht nicht so aus. Okay. Wo ist der Brunnen? Ups. Ich glaube, wir müssen mal hier so ein bisschen nach unten rechts laufen. Oh, shit. Greifen wir das Ding jetzt an? Wir stellen mal kurz die Bärenfalle auf. Vielleicht klappt es ja diesmal. Nicht so wie in der ersten Folge. So, Viech. Komm her. Na, komm her. Komm her. Komm her. Ob wir wohl Fleisch in die Bärenfalle tun können? Na, komm. 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 Ja, komm. Noch ein Stück. Noch ein Stück. Hä? Hä? Sorry. Es tut mir nicht leid. Okay, Junk. Wieso Junk? Wieso Junk? Nee, jetzt sag nicht, dass die Bärenfalle kaputt ist. Ach, shit. Können wir die irgendwie craften? Oh, man kann als Falle, kann man kaputtes Glas benutzen? Sehr geil. Okay, also das war jetzt nicht so cool, weil wir damit jetzt eine Bärenfalle quasi total verballert haben für einen so'n Hund. Wir brauchen immer noch den Brunnen, Leute. Laufen uns erstmal hier straight nach unten. Gucken, ob wir da was finden. Hat der Wolfmann uns erstmal mal einen Tipp gegeben, wo... Shit, jetzt ist das Inventar schon wieder voll, ey. Hat der uns einen Tipp gegeben, wo der Brunnen ist? Wenn ja, habe ich's vergessen. Sollte nicht so viel laufen. Was ist denn das hier? Das ist ja ein krass verbarrikadiertes Haus. Pjotreks Haus. Ja, da merkt man, dass das Spiel aus Polen ist. Hallo, Pjotrek. Wollen wir hier irgendwo rein? Ist die Fenster? Hallo. Pjotrek, hast du hier einen Brunnen vielleicht? Ist das ein ganzer Bauernhof oder was? Dün, 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 dün. Hier ist auch nochmal ein Trecker. Okay. Also es ist ein Trecker ohne Shit drin. Da ist ein Auspuff drin. Okay, hier riecht's stark nach Spritz, sagt er. Hier ist ein Treckerrad. Was ist passiert? Ah, ich schätze mal, dass hier überall Sprit rumliegt. Und dass man den irgendwie anzünden kann. Ich weiß aber nicht wie. Da ist eine Tür, da komme ich aber nicht hin. Könnte ich das hier irgendwie anzünden? Wir werden es mal testen. Drei. Ich habe jetzt mal da ein Streichholz hingeworfen. Das bringt aber gar nichts. Aber man kann es tun. Und das finde ich schon mal geil. Oh. Oh. Oh Shit. Nein. Lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe. Da war ein Hündchen drin. Verfolgt es mich? Ich denke nicht. Wir haben nur noch super wenig Energie. Haben wir noch eine Bandage dabei? Yo. Okay. Wir heilen uns jetzt gerade ein bisschen. Aber das alles bringt uns nichts, wenn wir kein... fucking... Brunnen finden. Ich habe keine Ahnung, Leute. Ich habe keine Ahnung, wie wir das jetzt machen sollen. Hier ist irgendwie nichts mehr. Hier komme ich auch nicht mehr rüber. Okay. Also jetzt hoffe ich langsam... Langsam kriege ich das Gefühl dafür, wann Tag und Nacht ist. Also wenn es so grünlich ist. Lockpick haben wir auch nicht. Das heißt, da kommen wir nicht rein. Und hier rein. Yes. Also hier sind überall... Spinnweben. Moos an den Wänden. Is my Rosen? Was ist Rosen? Ich habe vergessen. Ich weiß nicht, was Rosen heißt. Sehr, sehr ärgerlich. Oh, da ist jemand drin. What? I'm not coming out until the beast in my garage is dead. Okay, der kommt nicht raus, solange das Viech nicht tot ist in seiner Garage. Das heißt aber, wir könnten dieses Viech töten und dann vielleicht mit dem Reden. Das ist doch geil. Okay, das machen wir jetzt. Wir haben einigermaßen viel Energie. Kommen wir da hinten irgendwie rum. Die konnten wir nicht rübersteigen, oder? Nope. Nicht hier rübersteigen. Auch nicht. Wir müssen auch mal rumgehen. Ich bin nicht schon wieder durch dieses Zeug durch. Und dann sind wir schon wieder halbtot, bevor wir mit dem Hund angekommen sind. Okay, wir probieren das jetzt mal. Einmal testen. Die Frage, ob man da irgendwie rumkommt. Schau mal. Ich laufe mal hier oben lang. Hier oben könnten wir... Oh, es regnet schön. Filze. Sehr gut. Hier lang. Nein, verbarrikadiert. Okay. Ähm, ich glaube, wir müssen wieder nach Hause. Wobei wir das da ja auch nicht überleben werden, wenn wir keinen Brotten finden. Heißt, Regen. Brunnen. Brunnen. Hier ist wieder so ein Loch. Aua. Keine Ahnung, was das war. Er hat uns, glaube ich, am Anfang erzählt, wo der Brunnen ist. Aber ich hab's vergessen. Ich hab's vergessen. Das finden wir auch nicht mehr nach Hause. Ich dachte, das wäre hier irgendwo gewesen. Aber nein. Voll gegen den Baum gelaufen. Oh, Filze. Ein bisschen aufskillen. Aber es gibt wieder nicht aus. Sicher nichts. Und nur Filze. Pigshed. Okay. Okay. Wo ist denn hier das Pigshed? Ich seh's gar nicht. Die Kiste. Hier, oder was? Jo. Sehr, sehr unangenehm. Da sind irgendeine Geschweine. Aber ich seh' keine Schweine. Ich hör' auch keine Schweine. Und ich glaub' auch nicht, dass uns das jetzt weiterhilt mit dem Brunnenproblem. Das hilft uns aber weiter mit dem Nachhause-Kund-Problem, denn die Schweine sind genau unter unserer Hüttel. Oh. Nägel. War nicht so viel, ne? Die haben wir jetzt. Sechs. Die brauchen, glaub' ich, sieben, um Sachen zu verbarrikadieren, dass wir zum Hund. Da sind noch ne Pilze. Okay. Wir müssen gerade Zimmer unten laufen. Uh. Die hütten mich jetzt. Hier ist die Hütte. Hier rüber, Digga. Ähm. Ja. Brunnen. 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 Ah. Okay. Hier ist der Brunnen. Okay. Mal schön. Drei. Ich muss den erst reparieren. Okay. Und jetzt kann ich hier draus trinken. Ich muss jetzt hierher zurückkommen, bevor Nacht wird, um daraus zu trinken. Aber ich bin doch da. Und wo ist jetzt eigentlich mein... Wieso kann ich nicht trinken? Okay, weil noch nicht Nacht ist. Und das Wasserlevel steigt erst, wenn Nacht wird. Trinken nicht, weil du nie magst. Aber es wird doch Nacht. Es ist doch Nacht. Soll ich der nicht Tür aufmachen oder nicht? Doch, kann ich. Okay, der Stuhl bringt irgendwie nicht so viel. Es ist doch jetzt Nacht. Was ist, warum denn? Warte mal, wenn ich daneben stehe. Mir ist nichts angezeigt. Was machen wir denn jetzt? Guck mal, es wird Nacht. Was ist das da? Das ist ein Mensch. Ich habe eine Kiste zu sein. Vielleicht ist ja nicht nacht, es ist nur so dunkel, weil... Weil die Wolken die Sonne bedecken. Okay. Ich will nicht, ich will nicht schon wieder sterben. Okay, dann packen wir jetzt mal die Pilze hier in den Ofen rein. So geht es nochmal lang. Hier. Okay. Haus ist ultra dunkel. Zack, zack, zack und zack. Okay. Und wir wollen mal wieder mehr Space, ne? Weil die Tiere... Nee. Konfirm. So, das Ding nehmen wir jetzt. Alles klar. Ich würde auch schon mal den Generator anmachen. Ich sehe nämlich gar nichts hier. Wie? Der ist jetzt an? Der war die ganze Zeit an? Aha. Wo ist die Lampe? Okay. Schieben das hier wieder davor. Zack. Okay. Und es ist jetzt schon mittlerweile nacht. Ich muss es unbedingt trinken, Leute. Es ist doch nacht. Nee. Du kannst mir doch nicht erzählen, dass jetzt hier Tag ist. Lass uns mal... Habe ich Flares dabei? Nein. Ich will die mal austesten. Oh, jetzt? Und wir haben Pilze erhalten. Wieso? Habe ich jetzt getrunken oder nicht? Er ist trocken, steht er. Jetzt habe ich es mal zugemacht. Die Geräusche sind echt nicht schön, Leute. Wir haben auch Pilze bekommen. Aber nicht sehr viele. Shit. Okay. Ich würde hier gerne noch eine Lampe anmachen. Können wir die eigentlich verschieben? Ja, ne? Ja. Hunde. 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 Habe ich das gehört. Machen wir mal die Lampe aus. Haben wir noch eine Falle dabei? Okay. Okay. Ich glaube, draußen kämpfen Viecher mit Hunden. Kann das sein? Also, ich nenne sie Hunde. Wahrscheinlich sind es irgendwelche anderen Viecher des Todes. Okay. Wollen wir mal die Falle hier... Machen wir mal die Lampe an. Wollen wir die Falle denn mal hinstellen? Warte mal. Ich habe eine Idee. Wir packen die Lampe hier so hin. Wenn die Tür dann aufgeht, dann kann man hier nicht mehr großartig durch. Okay. Seht ihr was? Ich meine, es ist ja auch ein bisschen langweilig, ne? Wenn man jetzt so stundenlang hier in diesem Haus abwarten muss, bis Tag ist. Für Sachen. Wir nehmen hier mal die Flares mit. Mit dem Fleisch können wir, glaube ich, nichts machen. Gucken. Warte mal. Hat man hier nicht... Da. Man kann nur drei stacken. Okay. Gut, dass wir uns hier verbarrikadieren konnten. Also, die Tür ist da nicht verbarrikadiert, glaube ich. Wir können hier nichts bauen, Leute. Ich würde auch gerne mehr Sachen bauen können. Ich weiß gar nicht, wie man das dann freischaltet. Wahrscheinlich erst, wenn man dann das Zeug dafür mal hatte. Mindestens, Molotov, brauchen wir noch ein Rack. Dann könnten wir einen bauen. Das ist geil. Ich hätte so gerne Axt. Okay. Wir müssen einfach nur dieses kleine Tier da unten kaputt machen bei Piotreks Haus in seiner Garage. Und ich glaube, dann haben wir eine Chance, vielleicht irgendwie was Neues zu lernen oder irgendwie so ein Quatsch. Ich mach jetzt mir mal die Tür auf, Leute. Ich will jetzt mal sehen, ob wir hier was sehen können. Hier war ja ein Fenster. Draußen ist dunkel. Ich seh nichts. Hier Geräusche. Aber ich seh nichts. Das könnten wir auch noch verbarrikadieren. Ich weiß, der Schuh bringt eigentlich nichts, aber vielleicht hören wir dann wenigstens besser, wenn die Tür aufgeht. Und jetzt hängen wir hier einfach ab, oder was? Oh, shit. Oh, shit. Es ist drin. Es ist drin. Okay. Werdenfalle. Hoffentlich bringt die was. Okay, es ist Tag. Aber vielleicht ist das Ding trotzdem noch hier drin. Also ich hatte die Tür hier zugemacht. Alter. Also es ist anscheinend nicht mehr da. Sobald Tag wird. Oh, nee, das wollte ich nicht. Ich wollte das Ding ziehen. Alter Schwede. Okay. Ich will jetzt gerne den Generator ausmachen. Damit wir da Sprit sparen können. Okay. Puh, Alter. Naja gut, jetzt haben wir endlich mal überlebt. Was für eine spannende Folge. Für mich jedenfalls. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen nach oben da. Und tobt euch weiter in den Kommentaren aus, was ihr von dem Spiel haltet. Wie ihr das seht. Ist das geil? Hat das Potenzial? Es ist noch eine Alpha, Leute. Also vielleicht passiert da noch einiges. Würdet ihr es euch holen? Oder auch eher nicht? Würde mich total interessieren. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Das war euer Fischkopf. Bis dann und Tschüss. Tschüss.